Hör auf dein Herz. Liebe Zuschauer, wir alle wissen, dass es Lebensmittel oder Nahrungsinhaltsstoffe gibt, die schlecht für unser Herz sind. Doch welche das genau sind, darüber herrscht meist erstaunlich wenig Klarheit. Und deshalb stelle ich Ihnen heute mal meine persönliche Auswahl der 5 Herzhauptübeltäter vor, die Sie nur selten oder am besten gar nicht auf Ihrem Speiseplan haben sollten, wenn Sie Ihrem Herzen und Ihrem Blutgefäßen etwas Gutes tun möchten. Auf geht's! Ich fange gleich mal mit dem gesamtgesellschaftlichen Reizthema, nämlich dem Cholesterin an. Denn trotz vieler Verschwörungstheorien wie der viel zitierten Cholesterin-Lüge ist das böse LDL-Cholesterin als Hauptrisikofaktor für die Arteriosklerose, also die zunehmende Verhärtung, Verkalkung und Verengung unserer Herzkranz-Arterien wissenschaftlich bestens belegt. Und auch wenn es natürlich richtig ist, dass unser Körper den größten Anteil des Cholesterins selber in der Leber produziert, so kann sich dennoch eine erhöhte Aufnahme von Cholesterin mit der Nahrung sehr ungünstig auf unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken und sollte deswegen vermieden werden. Viel Cholesterin befindet sich nicht nur im Klassiker, dem viel diskutierten Frühstücksei, sondern auch in fettreichen Milchprodukten, wie zum Beispiel Butter, Käse und natürlich auch in fetthaltigen Fleischsorten. Pflanzliche Lebensmittel hingegen sind so gut wie frei von Cholesterin. In meinen Augen ein weiterer Grund, sich pflanzenbasiert zu ernähren. Ein weiterer wirklicher Bad Boy sind aus meiner Sicht, auch wenn ich natürlich weiß, dass es hierzu teils widersprüchlich auch gerade jüngere Studiendaten und widersprüchliche Meinungen dazu gibt, die gesättigten tierischen Fette bzw. die gesättigten Fettsäuren. Die meisten gesättigten Fettsäuren kommen in tierischen Produkten vor, wie zum Beispiel Sahne, Butter, Käse, Schmalz, aber auch in fetten Fleisch vor. Und eine hohe Aufnahme dieser gesättigten Fettsäuren, die wirkt sich ungünstig auf unsere Blutfettwerte aus und kann daher die Arteriosklerose, also unsere Arterienverkalkung, beschleunigen. Wenn Sie aber versuchen, Ihre Ernährung auf pflanzliche Produkte und zum Beispiel auch auf Fisch zu konzentrieren, dann reduzieren Sie schon ganz natürlich und ganz automatisch den Gehalt gesättigter Fettsäuren in Ihrer Nahrung. Neben den Cholesterinen und den gesättigten Fettsäuren gibt es einen weiteren Übeltäter aus der Gruppe der Fette und das sind die Transfettsäuren. Und damit wird eine spezielle Form von Fettsäuren bezeichnet, die bei der industriellen Lebensmittelherstellung, also vor allen Dingen bei der industriellen Fethärtung entstehen. Daneben können sich diese Transfettsäuren aber auch beim Erhitzen von den ja eigentlich gesunden Pflanzenölen mit ihren mehrfach ungesättigten Fettsäuren bilden und deshalb sollte man ja auch die meisten dieser Pflanzenöle nicht zum Braten verwenden. Und schließlich kommen Transfettsäuren auch noch in Milchprodukten und Fleisch von Wiederkäuern, also insbesondere Kühen vor. Eine hohe Aufnahme dieser Transfettsäuren ist ein echter Arteriosklerose-Turbo, da sich diese Transfettsäuren extrem ungünstig auf die Zusammensetzung unserer Blutfette auswirken, indem sie nämlich das schlechte LDL-Cholesterin erhöhen und das gute HDL-Cholesterin senken. Transfettsäuren sind leider immer noch in vielen Lebensmitteln enthalten, wie zum Beispiel in Süßwaren, Back- und Teigwaren, in Fertigprodukten. Nähere Informationen zu den Transfetten finden Sie in einem eigenen Video von mir. Ein weiteres Reizthema ist natürlich das von vielen so geliebte Fleisch. Und auch wenn ich natürlich weiß, dass ich mir jetzt viele Fleischliebhaber hier zum Feind mache, ein häufiger Verzehr von Fleisch wirkt sich leider auf gleich mehrere Weisen ungünstig auf unsere Gesundheit aus. Zum einen ist Fleisch eine Quelle sämtlicher eben schon diskutierter ungesunder Fette, vor allen Dingen der gesättigten Fettsäuren, den besonders ungesunden Transfettsäuren und auch von Cholesterin. Dazu kommen zusätzliche gesundheitsschädliche Effekte von verarbeiteten Fleischsorten wie Bacon, Würstchen, Salami, Corned Beef oder auch von fleischbasierten Soßen. Und durch diese Verarbeitungsmethoden wie Salzen, Pökeln, Fermentieren oder Räuchern werden dem Fleisch zusätzlich potenziell schädliche Substanzen zugeführt oder es wird ungünstig verändert. Und aus diesem Grund hat ja auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, verarbeitetes Fleisch als krebserregend eingestuft. Aus meiner Sicht gibt es also neben den unzähligen ethischen und moralischen Gründen, Stichwort Massentierhaltung, unsägliches Tierleid und Klimakatastrophe, gerade auch aus gesundheitlicher Sicht viele gute Gründe, auf Fleisch zu verzichten oder zumindest den Konsum von Fleisch und insbesondere von verarbeiteten Fleischprodukten drastisch zu reduzieren. Aus meiner Sicht der absolute Klassiker unter den Herz-Kreislauf-Übeltätern, das ist der Zucker. Studien zeigen, dass unser Herz-Kreislauf-Risiko stark ansteigt, je mehr Zucker wir zu uns nehmen. Gleichzeitig wurde es uns als Bürger extrem schwer gemacht, Zucker zu vermeiden, da die Lebensmittelindustrie Zucker in fast allen Produkten in rauen Mengen zusetzt. Jeder weiß, dass Süßigkeiten, Desserts und Softdrinks jede Menge Zucker enthalten. Ein riesiges Problem sind aber vor allen Dingen auch die versteckten Zucker, zum Beispiel in Fertiggerichten, Salatpressings, Soßen und so weiter. Wer würde zum Beispiel denken, dass dieser unschuldig daherkommende Tomatenketchup pro 100 Gramm fast 30 Gramm reinen Zucker enthält. Das heißt, fast ein Drittel dieser Flasche ist mit Zucker aufgefüllt. Man müsste also eigentlich eher von Tomatenmarmelade als von Ketchup reden. Die WHO empfiehlt, nicht mehr als 10 Prozent der Tagesenergie aus zugesetzten Zuckern aufzunehmen. Das hätten Sie dann schon mit einer einzigen Dose Limonade für den Tag schon fast erreicht. Und jetzt stellen Sie sich an, wenn wir mehr als ein Viertel unserer Tagesenergie, also mehr als 25 Prozent aus Zucker beziehen, dann ist unser Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben, mehr als dreimal so hoch, als wenn wir diesen Anteil unter 10 Prozent halten. Sie sehen also, die Überzuckerung unserer Gesellschaft ist ein riesiges Problem, für das wir als Gesellschaft noch eine Antwort finden müssen. Liebe Zuschauer, das war jetzt mal ein kleiner, schneller Ritt durch die Lebensmittel, die Sie aus meiner persönlichen Sicht, aus Rücksicht auf Ihre Gesundheit, lieber meiden sollten. Natürlich weiß ich aber auch, dass es zum Thema Ernährung viele verschiedene Meinungen und Denkweisen gibt und deshalb können wir auch über die Kommentarfunktion gerne hitzig miteinander diskutieren, aber immer schön daran denken, dass wir alle schön sachlich und respektvoll miteinander umgehen. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein bestätigendes Like, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, schauen Sie auf meiner Webseite vorbei und ganz, ganz wichtig, bleiben Sie gesund und hören Sie auf Ihr Herz.